Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Runde Wer Bin Ich. Das Ganze hat der Polly gebaut. Und Freunde, checkt gerne meinen Zweitkanal ab. Da kommt auch Daily-Videos, kommt extrem gut bei euch an. Ich küsse eure Augen und alles andere, was ihr geküsst haben wollt, außer das, woran ihr gerade denkt. Wir spielen heute nochmal Wer Bin Ich auf derselben Map, aber wir haben andere Wörter, Freunde. MBK und Odeman sind am Start. Wir gehen rein, let's go. So, wir haben YouTube, wir haben Gaming und wir haben Filme oder Serien, ja? Deswegen, oder nicht YouTube, sondern YouTuber. YouTuber, Spiele und Filme und Serien. MBK, du darfst aussuchen, weil das dein erstes Mal ist. Ich würde sagen, wir gehen in die Mitte. Ja, ich muss auf Leader gehen, glaube ich. Okay, ich gehe auf Player. Wir gehen beide auf Player, dann soll das funktionieren. Oh. Oh. Okay, 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 okay. Du bist der erste im Uhrzeigersinn, MBK, deswegen darfst du eine Frage stellen. Darf ich einen Guess raushauen? Ja. Das ist dieses, warte mal, im Hardcore-Modus machen wir mal einen Eimer Guesses vorbei. Ist, ja. Oh, hau, oder? Das wollte ich gerade den Namen sagen. Dann können wir aber mehr Wörter beantworten, weil letztes Mal haben wir, ich glaube, 35 Minuten aufgenommen und haben drei Wörter bearbeitet oder so, weißt du? Dann kann man, obwohl, das ist schwierig. Sagen wir, sagen wir. Man hat drei Leben. Man hat, okay, ich baller mein erstes raus. Ja. Bin ich Brawl Stars? Nein. Nein. Okay. Okay. So. Spielt man mein Game meistens am PC? Nein. Nein. Nein, okay, okay. Ist mein Game ein Playstation-Game? Nein. Nein. So, MBK, hau raus. Ist mein Spiel aus der Nintendo-Welt? Nein. Ah, aber er hat das Spiel verstanden dir. Genau diese Frage haben wir auch letztes Mal gestellt. Ist mein Spiel aus der Nintendo-Welt? Nein. Nein. Ah, er ist. Oh, was? Ist mein Spiel... Ein Spiel. Ein was? Ein Online-Spiel. Ja. 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 Ist mein Spiel... Was ist ein Online-Spiel? Ist mein Spiel für Ältere gedacht? Nö. Nein. Nein. Ist mein Spiel ein Online-Spiel? Ja. Ist mein Spiel auf dem Handy spielbar? Ähm... Nein. Nein. Okay. Also, um dich nicht zu verwirren, es ist auch ein Online-Spiel. Sagen wir mal so. Okay, okay, okay. Also beides. Single-Player und Multiplayer. Beides, genau. Ähm... Ist mein Spiel ein Single-Player-Game? Nein. Nein. Ah, auch. Auch? Okay, okay, okay. Wobei, nein. Nein, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht nicht. Okay, okay. Würde es nur alleine spielen, würde es keinen Sinn machen. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, nee, ist ein Online-Spiel. Ja. Okay, 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 okay. Okay, ähm... Mein Spiel ist ein Online-Spiel. Kommt mein Spiel! Ist mein Spiel nur auf dem Computer vertreten? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ist mein Spiel noch in der momentanen Generation ein Gesprächsthema? Ja. Nee. Nee. Achso, du meinst in der jüngeren Generation? In der jetzigen... Nee, in der jetzigen... Allgemein? ... so 17, 18-Jährigen. Hm. Nein. Eher nicht. Eher nicht. Okay. Oha, lan. Okay, ähm... Mein Spiel ist... Macht alleine keinen Sinn? Ihr seid beide noch so weit weg, ne? Geisteskrank. Wow. Ja. Vielleicht solltet ihr das auch Konsolen beeinträchtigen, Jungs. Nee. Okay, ich sag's nur. Also vielleicht ein kleiner Tipp von mir. Ich hab ja gefragt, ist mein Spiel am PC? Da meintet ihr, nein. Also ist es ja Konsolen. Und ist es nicht Nintendo? Also muss es ja Xbox und Playstation sein? Vom Ding her? Oder ein Handy-Game? Ist mein Spiel ein Handyspiel? Ja. Ja. Okay. Ja. Ist mein Spiel... Brawl Stars? Nein. Nein. Ah, ich dachte, Will kann man mich verwirren mit diesen Brawl Stars. Schade, Digga. Das ist ja zu wild. Ähm... Haben wir mein Spiel gespielt? Ja. Was heißt wir? Ja. Jeder Mal bestimmt irgendwann ja. Ah, nie aktiv. Nee. Okay. Ist mein Spiel... Also ja. Ist mein Spiel ein Handy-Game? Ja. Ja. Okay, easy. Ähm... Ist mein Spiel sehr bekannt? Ja. Ja. Ist mein Spiel... Clash Royale? What? Okay. Wir dürfen uns jetzt noch einmal jemanden eine Frage stellen und raten, sonst haben wir verkackt, okay? Okay, das Ding ist, ich bin... Ich hab nicht einen Tipp. Also ich weiß gar nichts von mir. Du weißt, dass es nicht... Okay, es gibt den Tipp. Warte mal. Er weiß, dass es nicht für jüngere Leute ist. Ja, genau. Und es ist ein Online- und Singleplayer-Game. Warte mal, ich... Ist es ein Online- und Singleplayer-Game? Das Ding ist, ich denke mal... Nein, ich denke mal jetzt einfach nur, weil ich geisteskrank bin. Ich denke mal, Polly hat diese Map mitgebaut und deswegen ist es Resident Evil? Nein. Nee. Okay, scheiße. Okay, André. Eine Frage und dann Antwort. Okay. Ist... Oh, schwierig. Mein Spiel ist ein Handyspiel. Ist mein Spiel in den Top 5 der bekanntesten? Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Warte mal, es gibt Clash Royale. Es gibt Brawl Stars. Es gibt... Äh, warte mal. Was gibt es noch, was die Leute alle zocken? Am Handy vom Ding her. Aber nicht nur am Handy. Boah, wie heißt das andere nochmal, das Clash-Game? Clash Royale, Brawl Stars... Äh, dieses, dieses, wo man drei Türme hat und sich gegenüber schickt. Ich brauch einen Namen. Das ist Clash Royale. Das ist Clash Royale. Näh, Junge, dieses Main-Game, was als erstes kam. Clash of Clans. Clash of Clans, ist das mein Spiel? Ja. Ja, ich hätte ihm nicht den Namen gesagt. Ja, ich wusste es, aber mir ist es nicht eingefallen. Ja, aber er wusste es, ja, Bro, er wusste es. Ja, ich wusste es. Er wusste es. Okay, Mirkan, für dich noch einen Tipp. Letzte Chance, Mirkan. Dein Spiel hat insane viele Teile. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei... Oh Gott. Keine Ahnung, bei wie viel, André? 17? Warte, ich gebe dir noch einen krasseren Tipp. Okay. Das ist einer der einzigen Spiele, die wir mal mit Danergy zusammengespielt haben. Einzige, einzigen Spiele... Oh mein Gott. Nein, das ist online. Das verwirrt. Es gibt nur zwei davon. Es gibt nur zwei, entweder WoW... Oder? Das andere? Bruder, mittlerweile 17 Teile ungefähr. Mit Danergy zusammengespielt. Ja. Ich weiß es nicht, Jungs. Ich hätte jetzt gesagt... André und ich hatten Placement damit. Ich weiß. So. Hast du es gesehen? Ich habe gerade einen Gedankenblitz bekommen. Gedankenblitz? Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber... Ja gut, es ist der Final Fantasy, aber ich habe trotzdem den Punkt nicht. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Udo, mein erster, ich bin zweiter, MBK dritter. Wir gehen in die nächste Runde. Let's go. Dance with somebody. Ich darf aussuchen. Yes. Ja, such aus. Ganz kurz... Darf ich einmal ganz kurz sagen, wie verwirrend das für mich war, dass ihr beide ein Mobile-Spiel hattet und ich die ganze Zeit dachte, ich habe auch ein Mobile-Spiel? Ja, 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 safe. Wir hatten schon echt... Digga, ich war auf einmal unter Wasser irgendwo, wenn wieder da was geht. Filme, Serien, wenn ihr euch traut. Filme, Serien? Okay, let's go. Bin gespannt. Player. Ich hoffe, er hat Mainstream-Sachen. Uh, okay. Uh, okay. Das ist schwierig, das ist schwierig. Dann fangen wir an, MBK. Ich habe wieder so Wild Guests einfach, darf ich sagen? Dann verlierst du ein Leben. Ein, ja, ein Leben. Ja, mach, mach. Harry Potter? Nein. Okay, okay. Das Ding ist, Mirkan macht seine Wild Guests immer an Dings fest. In Wild. Er macht sie immer an Dings fest, was er uns bei uns sieht, sozusagen. Oh. Oh. Oh, ja. Na, schwierig. Nun habe ich euch verwirrt. Er hat uns verwirrt. Gibt es meine Serie oder Film auch als Game? Ja. Ja. Okay. Nein. Doch, doch. Gibt es wieder. Nein. Doch. Bro. Gibt es oder gibt es nicht? Das Ding... Nein, eigentlich nicht. Doch, gibt es. Ja, okay. Wenn er sagt ja, dann okay. Es gibt es wirklich, vertrau. Okay. Es ist nicht wie das Housepark, oder? Als Spielen, sagst du, ne? Ja, okay. Da habe ich verkackt. Okay. Da hast du mir verkackt, ja. Dann bist du Ruderman. Ist mein Filmserie. Ja. Ja, ist. Gibt es davon einen French Fries? Ne, nicht French Fries. Doch, French-Scheis. 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 Also, was genau meinst du damit? Also, bedeutet ein Essensladen davon? Zum Beispiel Harry Potter und dann gibt es... Ne, falsch. Zum Beispiel, doch, Harry Potter und dann verkaufen die halt viele Artikel und so. So, so French-Scheis. Ja, gibt es auf jeden Fall. Ja? Ja. Okay. Wir hatten French Fries. Mhm. Okay. French Fries. Ist in meinem Film, ist mein Film ein Action-Film? Nein. Nein. Verdammt. Ist meine Serie oder Film gezeichnet? Nein. Nein. Aber die Frage würde ich auch stellen. Mhm. Ist meiner gezeichnet? Äh... Äh... Nein. Nein, okay. Das ist echt gut. Da kann man gut kategorisieren jetzt. Ist mein Film... gezeichnet? Ja. Ja. Ja! Ja. Ja. Oh, was? Scheiße. Ist mein Film... sehr bekannt? Ja. Sonst wären die doch nicht da. Ist mein Film... mein gezeichneter Film... ähm... für Kinder gedacht? Mh... Nein. Eigentlich für alle. Also nein. Also nein. Okay. Ist in meinem Film-Serie... ist... sind da echte Menschen zu sehen? Ja. Also richtige Menschen? Ja. Okay. Ist... Geht es in Richtung... Geht meine Film-Serie Richtung Komödie? Ähm... Auch. Kann man sagen, ja. Auch, ja. Gehört dazu, ja. Ist... Ist es eine amerikanische Verfilmung? Ja. Ja. Hat mein... Hat es was mit... Superhelden zu tun? Nein. Nein. Okay. Ich würde fragen... Dadurch, dass ihr euch bei dem Game... ob es ein Spiel davon gibt... nicht sicher wart. Mhm. Mhm. Also ist es ein Spiel, was man eher nicht kennt? Ja. Okay. Mh... Ist es keine Zeichentrick? Das ist ein Spiel, was man eher... Es gibt es auch als Game. Ja, vom Ding her muss ich eigentlich fragen... Ist es eine Serie? Nein. Nein. Also ein Film, okay. Okay. Oh, das ist stark... Das ist eine sehr starke Frage. Ich leuchte gleich. Naja. Safe. Ist... Was? Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Ist mein... Ist mein Film-Serie eine Serie? Ja. Ja. Okay, war klar. Ist mein... Ähm... Meine Serie... im deutschen Fernseher... bekannt? Ja. Lief diese Serie auf ProSieben? Ja. Ja. Lief diese Serie... er abends? Ja. Ja. Gibt es in meiner Serie gelbe Menschen? Ja. Ist meine Serie Simpsons? Ja. Let's go. Krass, ey, Digga, du haust richtig auf die Kacke. Ja, Oma, du bist richtig drauf, Digga. Okay. Okay. Warte mal, der Stream im Discord an, ne? Okay. Nee. Ich habe auch schon... Ich habe auch ein paar Mal geguckt, ne? Ja, ja, ja. Das Ding ist... Das Ding ist... Das Ding ist... Ich bin... gar nicht... Ich bin wieder auf gar keiner Spur. Also... Ich auch null. Ich auch null. Wenn ihr wollt, kann ich euch Tipps geben. Hat's... Ja. Ich würde einen Tipp... Ja, ich würde einen Tipp nehmen und dann eventuell an meine Frage dann erst. Wenn André damit auch... Du willst einen Tipp? Warte, André, ich schreibe dir auf Discord, was ich als Tipp nehmen... Ah, nee, das wird zu leicht. Nee, mach einfach, mach einfach. Okay, warte, ich überleg. Du kannst mir danach auch einen Tipp geben. Ähm... In deinem Film, Mirkan. Okay, also auch Film, danke auch für den Tipp. Oh, fuck. Ja? Ja, ist egal. Ja, ja. Okay, ich gebe euch... Weil Mirkan den Tipp bekommen hat, André, dein ist auch ein Film. In deinem Film, Mirkan, ist sehr viel Wasser. Und in deinem Film, André... Ja. Ist mal auf einem anderen Planeten. Auf einem anderen Planeten, aha. Also, Mirkan, stell deine Frage. Bei mir ist sehr viel Wasser. Hat meins etwas mit Fantasy zu tun? Also ist es in einer... Ähm... Quasi nicht real. Ja. Auch ja. Auch ja. Also es ist jetzt kein Harry Potter, aber... Es ist so ein Mittelding, deswegen würde ich sagen Flucht der Karibik. Boah, stark. Oh mein Gott, stark. Ja. Ich hätte doch vielleicht Ariel gesagt, aber okay, Flucht der Karibik. Ist mein Film Interstellar? Nein. Nein. Also es war auch nicht richtig ausgedrückt von Osemann, dass es auf einer anderen Welt ist, sondern es ist ja quasi eine Simulation, ne? Ne, andere Planeten... Nein. Es ist auf einem anderen Planeten, Bruder. Was denn? Welcher Film? Ehrlich? Avatar. Ja, okay, kann man schon sagen. Ja. Ist auf einem anderen... Auf Pandora, oder? Ich wusste anfangs nicht... Ich wusste anfangs nicht, ob das Avatar ist, also Aang oder Avatar. Nein, 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 nein. Avatar. Aber es gibt ja von beiden auch Spiele, also hat das ja gepasst. Ja, es gibt von beiden Spiele, ja. Okay, okay, okay. Die habe ich letztes Mal gewonnen. Das weiß ich noch, weil ich hatte Odemann. Wer fängt an? Der Letzte. Ne, du fängst wieder an. Okay. Kenne ich meine Person persönlich? Das ist ja schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, das bringt dir nichts. Du wirst da nicht dran denken. Das bringt dir nichts, weil du kennst viele Leute, Bro. Also ich kenne ihn aber... Okay, ich kenne ihn persönlich. Ist er aus meiner... Also aus meiner Bubble, sag ich mal. Also bedeutet, Steini, die Truppe, würde ich jetzt dazu sehen und unsere Truppe. Mehr nicht. Ja. Ja, okay. Ist er da dabei? Ja, natürlich. Okay. War er auf der Minecraft-YouTuber-Insel? Nein. Nein. Okay. Oh mein Gott, Rigger. Okay. Oh mein Gott. Okay. Ist mein YouTuber international bekannt? Oder macht er internationalen Content? Nein. Nein. Ähm. Aber meiner wird wahrscheinlich international sein, stimmt's? Nein. Auch nicht. Okay. 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 Ist meine Person... Aus der Fortnite-Mörder-Zeit? Ja. Ja. Ist meine Person inaktiv? Ahaha, Digga. Direkt ins Herz gestopfen. Schmocki? Ja, Mann. Ja, Mann. Boah, Mann. Aber ihr habt jetzt nicht nur einen Versuch noch, oder? Das heißt, Digga, ihr habt eine Frage beide. Gib uns ein paar Tipps. Also, ich bin ja jetzt dran. Gib mir zuerst ein. Wenn wir gleichzeitig raten, sozusagen, dann ist einfach Gleichstand. Also, ich gebe dir jetzt einen Tipp und... Ja. Ja. Okay. Ähm. André, du bist mit... Nein. Was? Zu leicht. Zu leicht. Okay. Du bist... Ja, Bro. Oha, Mann. Das sind ja beide Sachen. Wenn man einen Tipp gibt, weiß man es direkt. Ja, ja, ja. Okay, bei Odoman... Nein, okay. Mach einfach, mach einfach. Okay. Odoman, du bist ein Monster. Ja. Das ist ein cooler Tipp. Und André, du magst Schweine. Ich mag Schweine. Oh, auch gut. Also, beides, Jungs, es ist beides quasi... Oh, oh mein Gott, tschüss. Was ist denn? Also, Odoman, du bist ein Monster. Okay, ich sag mal so. Von euch... Ja, André ist dran. André ist dran. Nicht ich. André ist dran. Aber ich habe ihm noch schon einen Tipp gegeben. Oh, sag ich noch einen. Nee, André, musst du ja jetzt... Müssen wir jetzt direkt raten, oder willst du noch eine Frage stellen, André? Also, ich würde sagen, die Person, die es als erstes weiß, oder? Also, ich habe euch beiden jetzt einen guten Tipp gegeben. Ach so. Und noch ein großer Tipp. Es ist... Es ist ein sehr großer Tipp von euch für euch beide, jetzt, weil es als erstes dann das sagt. Es ist beides quasi euer Maskottchen. Ja gut, das habe ich mir gedacht. Ah, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Aber mir fällt es gerade nicht ein. Fängt mein Anfangsbuchstabe an mit A? Nein. Hatte meiner Beef mit ApoRed? Nein. Nein. Ein Monster. Also, ich kann eigentlich... Wer hat nochmal Schweine als Maskottchen? Wer hat Monster als Maskottchen? Ich hätte Arasul gesagt. Auch nicht? Also, nein, nein. Das hat dann Arasul gesagt. Nein, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Also, ihr habt ja beide drei Leben noch, ne? Das dürft ihr auch nicht vergessen. Ja, nee. Ich habe am Anfang einmal was gesagt. Nee, nee, nee. Das war davor. Nee, hast du nicht. Nee, nee, nee. Ja, mir fällt nur gerade nicht ein. Mir sagt es was. Ich gebe dir einen Tipp und du gibst mir einen Tipp, André. Ja, okay. Ja, okay. Mirkan hat von deiner Person oft Videos gesehen. Nein, das weiß er nicht. Ja, gut. Das weiß ich nicht. Oder ich gucke ganz gut in Deutschland. Guck mal, ich gebe euch beiden zwei Farben, okay? Ja, okay. Okay. André, orange. Ah, ich weiß, wer ich bin. Und, wo du mir... Fängt meiner mit U an. Ja. Ja, easy, unge. Okay. Aber André, du kannst noch essen. Du kannst noch essen. Aber orange und Schweine sagt mir gar nichts. Orange und Schwein. Ein orangenes Schwein. Nein, nicht orangenes Schwein. Das ist zwei Merkmale von dem YouTuber. Ich finde, ich finde... Kenne ich die Person? Aus der OG-Zeit. Ja, bro. Ja. Persönlich? Nein. Also nicht persönlich, aber... Aber ich kenne die. Ja, wenn du... Ist aus der Minecraft-OG-Bubble. Ja, jetzt easy. Trotzdem nicht. Okay, crazy. Ich bin braindead. Du machst Face-Pile, wenn wir sagen. Hau noch einen Namen raus. Minecraft-OG-Zeit. Minecraft-OG-Zeit hat... ...'n Schwein als Maskottchen und... Er hat auch einen Podcast. Represented krass die Farbe orange. Und er hat einen Podcast, André. Podcast? Ja, aber... Mich würde mal interessieren. Die Leute sollen mal in die Kommentare reinschreiben, ob die es schon erraten hätten. Also ich denke, save viele. Aber vielleicht ist einfach nicht André's... Ich war in dieser Minecraft-Szene nie unterwegs. Das ist das Ding. Okay, ähm... Er ist in der German-Let's-Play-Bubble. Ja, ja, das kann ich mir denken. Aber trotzdem sagt mir das nichts. Ich weiß es nicht. Er ist der größte... Er ist der größte... Er ist der größte Gaming-Szene. Paluten, oder? Ja, er ist Paluten. Ja, okay, Digga. Ey, wie schlecht, Freunde. Das hätte ich ja locker, easy, schneller raten müssen. Egal. Hab verkar... Ich weiß, dass mein erster Tipp sein sollte. Er ist einer der größten Gaming-Content-Graders. Ja, gut, aber das gibt es ja viele von. Deswegen. Aber der Tipp wäre besser gewesen. Weil mir sagt... Ich kenne Palutens Dings nicht. Aber jetzt sagt es mir was. Okay, Freunde. Ich würde sagen... Mirkan, du hast eine gute Waffe. Eine schlechte und eine mittlere. Ich habe eigentlich nur schlechte. Und Odoman hat zwei gute und eine mittlere Waffe. Wir gehen in den Fight. Ich bin doch immer letzter geworden, oder? Hä? Du hast doch jetzt erster geworden. Ah, stimmt. Der Karibik hast du vor mir auch geraten. Deswegen. Okay, wir gehen in den Fight. Let's go. Okay, Freunde. Wir sind am Start. Drei Leben. Ich habe Standard-Equip. Was mich wahrscheinlich... ...nicht weit bringen wird. Aber... Wer oben ist ehrenlos, ne? Wisst ihr? Ja. Es geht los. Wir sind beide oben, stimmt's? Nein, nein, nein. Wer hat Kohle? Wer kann. Ich sehe ihn nicht. Er ist einfach der Unsichtbarste. Okay. Er ist tot. Ich bin tot. Hast du gerade von dir selbst gesprochen in dritter Person? Ja. Ja. Odoman ist tot. Nein! Odoman, kill ihn! Ich habe ihn, Digger! Ich nehme nur einen Schuss-Shotsgun. Ich schaue, schaue, schaue. Shorts! Eine Shortsgun. Ich gucke lieber nicht, Bro. Ich sag's dir. Ja, hat sich gar nicht. Ich gucke es mir gleich ins Gesicht. Okay. Diese Blüscher sind echt kacke. Er hat diese Map ausgesucht. Du! Hey, Odoman, ey. Schieb nicht. Odoman, nicht. Wir müssen mal rein leben. Wo ist der? Digger, was geht denn Odoman auf mich und auf das einen Leben, Bruder? Das nehme ich dir direkt weg. Dreck, breck. Das nimmt der andere jetzt, Digger. Der andere nimmt er das schon. Nein, ich habe nur noch 6 AP. Ich habe auch mein letztes Leben, okay? Nein, ich bin full life. Ja. Was hast du für eine Waffe? Ich habe Doppel-Magazinsturm, yeah. Oh mein Gott. Okay, ich bin raus. Okay. Ich weiß nicht, warum du geschossen hast. Bro, was? Wann gibt es diese Büsche? Soll ich es euch schwerer machen? Von dem Bogen runterschießen? Ja, das ist schon schwer genug, Digger. Ich sehe nur Gemüse in meinem Gesicht die ganze Zeit. Ich auch. Was macht ihr, Digger? Von oben ist sie so bescheuert aus. Ich weiß nicht, warum Mirkan ist. Er ist erst Todesgetarnt, Digger. Er ist selber eine Pflanze. Ich bin gleich tot. Ich bin rot, Digger. Das ist voll unfair. Ich bin so lustig, wenn Mirkan... Ich sehe nur Pflanzen, Junge. Ich gehe weg, Digger. Bitte nicht. Er schießt. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Du hast die selben Farbe wie diese Pflanzen, Digger. Es ist so eklig. Ich habe mit einem Stück Kohle kaputt gemacht. Du bist der erste, der tot ist. Du bist so ein Noob, Digger. Du bist so ein Noob, Digger. Du bist so ein Noob, Digger. Freunde, wenn euch das gefallen, lasst ein Like und Abo. Wir sehen uns morgen bis dann. Ciao.